Also, ich würde zunächst mal antworten, dass Flipped Classroom keine digitale Methode ist, sondern im Flipped Classroom geht es um die Präsenz. Es geht um die gut genutzte Präsenzzeit, also die wertvolle Zeit, bei der man physisch gemeinsam an einem Ort ist, synchron, und die in der, so, die Flipped Classroom-Theorie im traditionellen Setting verschwendet wird für eine Vortragssituation, wo letztlich alle einfach nur mehr oder weniger rezipierend nebeneinander sitzen, aber nicht in den Austausch kommen.